Guten Tag ihr Lieben, herzlich willkommen, Tagchen. So ihr Lieben, ich habe mir ein Thema ausgedacht, was sehr gerne gesehen wird. Sonst lege ich ja immer drauf los und sage irgendwas, weil ich davon ausgehe, dass ihr oftmals für jemanden einschaltet, von dem ihr die Antworten nicht bekommt oder wie die Energie zwischen euch ist. Und wie gesagt, oftmals, es gibt auch Menschen, die sind noch zusammen und wissen gar nicht, wohin geht jetzt die Reise. Oh, Mikrofon habe ich heute reingesteckt. Sorry nochmal. Also ich habe es gemerkt, die Tonqualität. Oh, das war ja grausam. Man merkt erst mal so, wenn man wirklich so sich ein bisschen erweitert. Das war ja wie eine Blechdose. Kennt ihr die Telefone mit den Blechdosen und der Sehne? Hallo, hallo, hallo. So hat sich das angehört für mich. Nicht so, hallo, Tagchen, herzlich willkommen. Aber wir haben jetzt ein Mikrofon da. Ah, der ist stoppen. Mal wieder. So, also es geht darum, warum ist die Trennung passiert? Ist ein gewagtes Thema, gerade kollektiv. Ihr müsst gucken für euch selbst, ja, ob es wirklich so sein kann, ob es in die Richtung geht. Und selbst wenn ihr das nicht 100% wisst, könnt ihr trotzdem, glaube ich, sehr viel daraus nehmen, ja. Und für die einen wird es auch zu 100% wieder stimmen, weil vielleicht schon Vorboten jetzt in dieser Legung hochkommen werden. Wir gucken einfach mal. Nehmt es nicht zu persönlich, sondern seht es als eine Art Reise, damit ihr so ein bisschen, ja, die Gründe auch erforschen könnt, ja. Wir gehen mal rein mit Christine Lau, Licht und Schatten, Orakel. Bei dir. Oh, du hast einen Selbsthass entwickelt, ja. Weil du wahrscheinlich sehr sauer auf dich selbst bist, sehr wütend. Und in der Lichtangabe wahrnehmen, was ist. Na, da sind wir ja vielleicht heute auch sehr stark drin. Der Selbsthass, bist da selber, was da drin liegt, ne. Pure Enttäuschung. Warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich es nicht vorher gesehen? Warum habe ich es nicht gemerkt? Wie konnte ich nur all so eine Schuld fragen, die dich aber letzten Endes nicht weiterbringen, ja. Ich meine, du arbeitest in dem Moment auf, weil du in dem Moment auch dich anguckst und nicht die Wut auf dein Gegenüber überträgst, sondern du bist wütend auf dich selbst. Und so schlecht finde ich das immer gar nicht, weil man dann guckt, ja, wie konnte das passieren? Du bist ja in dem Moment nur an deiner Lösung interessiert. Und wahrnehmen, was ist, als Gegenstellung finde ich auch ganz schön passend, weil du nichts anderes hast, ja. Dir bleibt schon fast gar nichts anderes übrig, als das wahrzunehmen, wie es jetzt gerade ist oder wie es dazu gekommen ist. Der Selbsthass. Gehen wir mal rein mit meinen überaus kleinen Karten. Ironie off. Gucken wir mal, was du hier durchmachst, warum du hier so sauer bist auf dich selbst. Der Selbsthass, der sollte natürlich auch nicht lange andauern. Irgendwann auch wieder deinen Wert erkennen und sagen, du bist für dich selbst der Jackpot. Wir haben hier das Akkanum der Teufel, der den Selbsthass auch sehr gut beschreiben könnte, weil ihr einfach abhängig wart, ja. Vielleicht habt ihr euch hier verloren. Es könnte in der Wut eine Abhängigkeit liegen von diesem Menschen, der euch dahin getrieben hat, wo ihr jetzt seid. Oder auch, wenn ihr zurückdenkt, ja, was da los war. Diese elendige, ständige, giftige Energie, die bei euch beiden war. Vielleicht auch sehr viel, wo du dir sagst, warum habe ich das überhaupt noch gemacht, geduldet, getan. Da kommt wirklich so ein richtiger Selbsthass durch, ja. Aber der Teufel mit der Steinbock-Energie ist ja auch immer dafür da, wirklich den Teufelskreis hier zu verlassen, die Toxic selbst zu erkennen. Und damit auch sich weiterzuentwickeln und zu sagen, nie wieder so einen Menschen und nie wieder lasse ich das mit mir machen. Wir haben hier sechster Kälte. Also eine giftigere Kombo gibt es ja fast gar nicht, ja. Du hast oftmals wirklich gedacht, du brauchst das. Dieser Mensch trägt dich, du machst dir ganz doll Gedanken, warum und wieso das überhaupt so war. Warum du selbst die Toxic brauchtest, ja. Ich denke ganz stark, dir war schon bewusst, dass hier einiges in falschen Richtungen läuft. Deswegen auch dieser unerklärte Selbsthass, auf dich selbst wütend sein, hier mitgemacht zu haben, ja. In dieser elendigen Ehrenrunde, die wahrscheinlich niemals endete. Und trotzdem wusstest du, du bist abhängig von diesen ganzen Energien. Dir war schon bewusst, was hier falsch läuft. Natürlich spielt er wahrscheinlich immer wieder ein Hoffnung, ja. Hoffnung haben, dass es wieder wird. Ist ja ganz normal. Aber du sitzt hier wirklich sehr stark quälend drin. Wir haben neun der Kälte. Deine Selbstliebe, ja. Du bist jetzt in diesem Selbsthass drin. Und bist wütend, weil du dich selbst vergessen hast in dieser Beziehung. Die Selbstliebe für dich war nicht vorhanden. Du hast in diesem Moment oder in diesen Momenten, in diesen Zeiten nicht mehr an dich gedacht. Obwohl du hier etwas egoistischerweise halten wolltest aus der Toxic. Nicht, dass du egoistisch getickt hast, aber du brauchtest hier irgendeine Anbindung für dich, ja. Die hat dich auf den falschen Weg gebracht. Du hast wirklich gehofft, da ändert sich noch was egoistisch in dem Sinne, dass du durch die Abhängigkeit auch wirklich gemerkt hast, du brauchst es, ja, egal was hier ist oder was passiert. Du brauchst diesen Menschen, du willst diese Beziehung nicht aufgeben. Du kämpfst bis zum Äußersten, bis zum Höchsten. Und wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt hast du schon fast aufgegeben, ja. Weil du dir gedacht hast, du sitzt jetzt sowieso im Teufelskreis drin. Deine Selbstliebe hast du hier wahrscheinlich gar nicht mehr gespürt, was mit dir passiert. Du wolltest diesen Zustand, den du wahrscheinlich die ganze Zeit auch durchhalten musstest, einfach nur noch überstehen, ja. In der Hoffnung natürlich, dass es sich wahrscheinlich sehr schön für dich wendet. Dass es hier ein Happy End gibt, ja, sozusagen. Wahrnehmen, was ist, was ist denn? Decken wir mal auf. Wahrnehmen, was ist. Oh, da haben wir vier Karten. Ritter der Schwerter, Bube der Schwerter. Mit der Kommunikation bist du sowieso nicht vorwärts gekommen, ja. Das, was man dir gesagt hat, war nicht ausreichend, um sowieso dort weiterzumachen. Vielleicht auch der Geist, den du dir gerne gewünscht hättest, war auch nicht mehr dementsprechend, mit dem du handeln konntest. Da kamen Wörter oder Sätze raus. Man hat dich hier zurückgelassen mit sehr oberflächlichen Antworten, auch sehr brachial oftmals. Siehe das, ja, die Kommunikation würde dich hier aus diesem Teufelskreis auch gar nicht retten. Dieser Mensch scheint vergessen zu haben, wie man spricht, scheint vergessen zu haben, empathisch mit dir zu sprechen. Hat hier auch sehr unreif oftmals gehandelt oder auch Situationen beschrieben, ja, sich freigesprochen. Eventuell, wo du gedacht hast, das zählt für dich nicht, würdest du niemals machen. Und wir haben hier sieben der Schwerter und vier der Schwerter. Wahrnehmen, was ist. Sieben der Schwerter, wahrnehmen, was ist, ist ja auch wieder diese Lüge, ja. Diese Lüge, diese Unehrlichkeit, die in dieser Beziehung herrschte. Unruhe, Unruhe durch Unehrlichkeit, Unruhe durch Lügen, Unruhe ständig durch neue Situationen, die du hier nicht mehr fassen konntest. Fassen konntest vom Moralischen, fassen konntest vom wirklich Fassen, weil es gab hier keine Gespräche, ja. Dieser Mensch hat sich hier wahrscheinlich in falschen Teilen gerechtfertigt für sich selbst. Und du könntest hier bitte wirklich wahrnehmen, was ist eine Unehrlichkeit, die nie mehr in diese Ruhe kam, ja. Es gab hier keine Ruhe mehr und man hat es auch nicht mit dir probiert, diese Gespräche zu vollziehen, diese Gespräche zu entknoten, um dir eine Sicherheit zu geben. Es war hier wirklich alles nur noch auf Lügen, ja. Jeder wollte sich hier frei reden, jeder hatte irgendeinen Grund. Und in dieser verzwickten Situation musst du dir nicht geben, in einer unehrlichen Beziehung zu leben, wenn du eh schon im Teufelskreis lebst, ja. Also das will man ja nicht. Gerade wenn man dann auch nicht in Ruhe die Beziehung genießen kann, nur noch Stress ist, nur noch Stresslevel. Und jemand der Meinung ist, man könnte das als Berechtigung nehmen, ja, für sich selbst. Oder auch mal einfach so handeln und dich stehen lassen. Wahrnehmen, was ist. Die unmöglichen Abgänge weiterhin für dich immer wieder vor Augen zu halten, ja. Dieses Behandeln von dir selbst als Person. Auch für dich selbst in diesen Zustand zurückgehen. Du hattest keine Ruhe, ja. Dein Körper war wahrscheinlich auf Hochspannung die ganze Zeit. Du konntest selbst mit diesen Menschen in dieser Verbindung keine Ruhe genießen, ja. Nicht mal richtig durchatmen. Wir gehen mal bei deinem Gegenüber rein. Wir haben hier eine Neid und Missgunst. Dein Gegenüber war ein unzufriedener Mensch. An deiner Seite, der vielleicht jetzt nicht neidisch oder missgönnerhaft auf dich gewirkt haben könnte. Aber eventuell hattest du Stärken, die man in sich nicht gefühlt hat. Und das als sehr störend empfand, ja. Sobald jemand stärker ist als der Mensch selbst, kommt ja bei einigen so oftmals auch dann eben dieses Gespräch hoch. Du machst nichts. Du bist zu ruhig. Du duldest alles. Wenn du gesprochen hättest, dann hätte man das Gegenteil gesprochen. Du meckerst nur. Du willst mich verändern. Also egal, wie man es gemacht hätte. Ich glaube, hier liegt einfach ein frustrierter Mensch, der etwas haben möchte in seinem Leben, was er nicht hat. Ja, logischerweise Neid und Missgunst. Jetzt warst du natürlich die nahestehendste Person wieder bei deinem Gegenüber, die alles abbekommen hat, ja. Weil dein Gegenüber wird niemals zum Chef rennen oder die Mitarbeiter dafür ankacken und sagen, ja, du bist schuld, weil meine Beziehung doof läuft, ja. Oder meine Ehe oder weil ich selber mit mir unzufrieden bin. Freunde wird man wahrscheinlich auch eher gehoben haben, alles hatte mehr Stellenwert für dich im Gefühl als du, ja. Und weil man damit nicht klarkam, hat man dir wahrscheinlich wirklich ständig alles von Latz geknallt und dich verantwortlich gemacht. Und wir haben auch bei deinem Gegenüber zwei Schattenseiten. Du hattest ja immerhin wahrnehmen, was ist. Ich habe ja hier beide gemischt. Auch dieses Ungeduldige, ja. Man hatte keine Geduld, um etwas zu klären. Man hatte keine Geduld, etwas selbst zu schaffen in dem Moment. Man hatte keine Geduld, sich mit dir auseinanderzusetzen. Und das Oberste, man hatte nicht mal Geduld, sich selbst mit sich zu befassen, ja. Und das ist ja das Schlimmste. Andere für die Unzufriedenheit dafür verantwortlich zu machen, dass man selbst irgendwo drin sitzt. Man hatte nicht mal die Geduld, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dir hat ja auch die Ruhe gefehlt in dieser Beziehung, ja. Also das heißt, dieser Mensch ist eigentlich auch ein Träger für die Nervosität die ganze Zeit, die bei euch zusammen hier eine Rolle spielt, ja. Die ganze Zeit sind wahrscheinlich wirklich nur Eskalationen oder auch Momente da gewesen, hinten raussetzt, wieso die Trennung kam, ja. Die nur noch negativ waren, ja. Nur noch nervös, eine nervöse Energie. Eine verhaltene Energie, mit der du nicht klargekommen bist. Deswegen bist du ja auch nicht zur Ruhe gekommen. Du hast den Braten schon gerochen, du hast wahrscheinlich Impulse gehabt, du hast es geahnt. Hast vielleicht auch wirklich diesen Menschen darauf angesprochen. Aber dieses Neid, Missgunst und Ungeduldsgefühl ist ja eine Kombi. Die ist ja nicht schön, ja. Da steckt man natürlich im Teufelskreis selbst. Auch wieder, wie so oft wirst du diesen Menschen getragen haben, damit dieser Mensch überhaupt mal Kraft tanken kann in seiner Welt. Und immer wenn man wieder ungeduldig warst, du probierst, mit deiner Geduld gegenzuwirken. Diese Neid und Missgunst, ja. Vielleicht hat man sich auch sehr stark immer wieder im Opferdasein gesehen, ja. So ein typisches Opfer-Persöntchen. Alles ist schlimm, alles ist scheiße. Weil du, weil wir. Das liegt daran und daran. Und ich kann nicht. Und ich hätte es gerne schneller, aber es geht nicht. Und währenddessen jemand hier sowas spricht, weißt du für dich, die Kommunikation mit Ritter der Schwerter und Page der Schwerter war eine Kombination, die eigentlich überhaupt nicht förderlich ist für eine gute Kommunikation, für ein gutes Gespräch. Sehr viel auf den eigenen Wert bedacht hier. Was dich vielleicht auch so ein bisschen weggeholt hat, um in den Teufelskreis zu landen, ja. Wieder tausend verschiedene Masken getragen. Das solltest du wahrnehmen, was ist. Hier hat dich jemand nicht auffangen können. Hier ist jemand wirklich in einer sehr nervösen Energie, ja. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. In der Schattenseite. Das heißt, hier hat man wahrscheinlich auch wieder so oft gepunktet, um Aufmerksamkeit woanders zu bekommen. Hier könnte auch Neid und Missgunst drinstecken bei Ritter der Stäbe, weil dieser Mensch möchte ja auch so eine Anerkennung haben wie andere, ja. Wir haben hier Königin der Stäbe. Eins ist klar, du hast diesen Menschen in einer sehr weiblichen und geduldigen Form, weil man ja selbst wahrscheinlich wieder die Ungeduld hatte, geben können, ja. Du bist mit Stolz reingekommen und sitzt wahrscheinlich heute ohne Stolz da oder hast diesen Stolz schon wieder zurückerlangt. Aber die Trennung kam deswegen, weil du diesen Menschen getragen hast mit deinem eigenen Stolz, ja. Der natürlich irgendwann wahrscheinlich auch aufgebraucht war, weil du hast ja immer eine Energie empfunden. Du bist nicht ausreichend, ja. In irgendwelchen Situationen bist du hier nicht ausreichend. Die körperliche Anziehung zwischen euch war extrem groß und gebunden. Die war da. Das war für diesen Menschen auch klar. Du warst eher der Mensch, der immer mehr an die Ideen geglaubt hat und die Ideen realisieren wollte. Das hat man bei dir sehr genossen, sehr geschätzt. Aber hier hat man sich auch verloren in seinem eigenen Ich, ja. Wir haben sieben der Stäbe und konnte als Königin der Stäbe bei dir überhaupt nicht mithalten, ja. Diese Trennung basiert darauf, dass sich dieser Mensch selbst nicht gefunden hat oder auch von sich selbst in eurer Verbindung entfernt hat, ja. Hier müssen irgendwelche Prozesse passiert sein, wo man vielleicht sehr durch die Unzufriedenheit wirklich irgendwo anders wandern war, sich irgendwelche anderen Leute angeguckt hat. Du kannst mit der Unzufriedenheit in diesem Moment wahrscheinlich garantiert nichts, weil man darüber nicht gesprochen hat, ja. Hätte dieser Mensch darüber gesprochen, hättest du jederzeit irgendwie gegenwirken können oder auch etwas ändern können. Wir haben hier der Gehängte. Also man ist hier wirklich gegangen, weil man auch gar nichts mehr zu sagen hatte, ja. Ich muss es dir leider so sagen, die Trennung erfolgte, weil man selber überhaupt nicht wusste, warum man geht. So bescheuert, wie es klingt, ja. Oder warum man gehen soll. Selbst wenn du die Trennung ausgesprochen hast, hat man es hier schon fast einfach in Kauf genommen, ja. Man hat hier überhaupt keine plausiblen Erklärungen bekommen, weil man selbst nicht wusste, was mit einem los ist. Man war durcheinander, man war trotzig, das könnte von den Buben der Schwerter kommen, diese Energien von, ja und, mach doch. Wenn du das sagst, ja, ich kämpfe hier nicht weiter, obwohl man hier den ganzen Schaden angerichtet hat. Ein sehr ignorantes, bockiges Verhalten. Und einfach auch sich nicht damit auseinandersetzen, ja. Der Gehängte im Schatten. Sich einfach nicht klar werden darüber, was man hier gemacht hat. Entschuldigung, fehlen hier völlig. Auch eine Einsicht, auch mal tiefer Einblicke, oder tiefere Einblicke von sich zu geben, damit du rankommst, hat man hier völlig abgewehrt, ja. Nicht zugelassen. Wir haben hier den Buben der Stäbe. Mann, ey, also ich glaube, so langsam soll ich hier nicht mehr Karten legen. Wir haben hier Bube der Stäbe und Ast der Kälte. Ich sag dir ganz ehrlich, dieser Mensch hat überlegt, ob man mit dir nochmal neu anfängt, oder beziehungsweise lag auch in der Energie, wo man hier von euch gegangen ist, in dieser Trennung. Hätte man gerne irgendwas losgeschickt, ja. Oder hat es sogar bei manchen. Das war eine Anbindung, mit der du nichts anfangen konntest. Und wenn man nicht geschrieben hat, dann, weil man nicht über seinen Schatten springen konnte. Man wollte die Chance wahrnehmen, ja. Man wollte wahrscheinlich wieder irgendwie zurück mit Ast der Kälte. Aber hat in diesen Worten, die du vielleicht auch bekommen hast, mit ganz komischen Sätzen. Hi, wie geht's? Kann ich meine Klamotten abholen? Oder wie auch immer, irgendwelche komischen Sachen. Damit hat man schon probiert, anzubinden, ja. Du konntest das nur nicht einordnen. Du wusstest nicht, was will dieser Mensch. Eigentlich wollte dieser Mensch was ganz anderes damit sagen, ja. Aber man hat es nicht geschafft, dich um eine Chance zu bitten, weil wahrscheinlich der Stolz und das, was man hier verursacht hat, doch stärker im Argen liegt, als man denkt. Man hätte, aber man kommt nicht klar, ja. Mit seinem Stolz. Man kann nicht mal eine Entschuldigung abgeben. Die Sonne liegt auch verkehrt rum. Der Herrscher und vier der Kälte. Man ist nicht mal, also, wenn man so eine Energie sieht, ja. Verkehrt rum. Wir haben hier eine Widerenergie. Dann würde ich sagen, du hast hier wirklich jemand, der überhaupt nicht gereift ist, ja. Der gerne so wäre, aber der hier überhaupt nicht gereift ist und nichts halten kann. Der auch nicht imstande ist, sich selbst zu schützen, ja. Das ist ja auch nochmal das Traurige und verletzt somit auch die ganzen Ummenschen, äh, Ummenschen, seine ganzen Mitmenschen in seinem Umfeld. Mit vier der Kälte. Es ist auch wieder dieses, was kann ich tragen, was konnte ich tragen, was, was will ich behalten, ja. Es fehlt einem hier absolut die Einsicht, weil man hier nicht in der Lage ist, zu seinem Quatsch oder seinem Scheiß zu stehen, den man hier gemacht hat, ja. Man kommt wahrscheinlich im Leben wirklich nur weiter, indem man sich abwendet und sagt, ich habe gar nichts verbrochen, ich habe gute Gründe. Und tief im Inneren weiß man, das stimmt nicht, ja. Das stimmt überhaupt nicht. Dieser Mensch hat einfach eine bodenlose, ähm, ich weiß nicht, ob man sowas Selbstliebe nennen kann, aber dieser Mensch denkt, er wäre es oder er ist es, ja. Oder sie, je nachdem. Der verschaukelt sich selbst. Ja. Mit zwei der Münzen und die Sonne im Schatten verschaukelt man sich hier selbst. Ähm. Man weiß nicht, was man will. Ich sage es dir ganz ehrlich, man ist gegangen, weil man selbst nicht weiß, was man will. Auch in diesem Gehängten. Man war ja nicht mal imstande, selbst zu wissen, was hier gerade passiert, ja. Man hätte sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen und man verschaukelt sich hier die ganze Zeit selbst. Hier ist man auch nicht in einem Prozess drin, wo man sagen könnte, man hat es irgendwie gesehen, durch die Klarheit, dass die Sonne irgendwie richtig rumliegt, ja. Aber man verschaukelt sich hier mit zwei der Münzen die ganze Zeit selbst. Man macht sich hier selber was vor. Das heißt, es könnte auch gut sein, dass man die Sätze gesagt hat, wo man dir einfach nur was vorgemacht hat und die Wahrheit sieht in Wirklichkeit ganz anders aus, ja. Man könnte sagen, mir geht es gut, aber man leidet. Und man macht sich hier was vor. Es ist wirklich mit Neid und Missgunst hier in dieser Geduld eine sehr schwierige Kombination, diesen Menschen überhaupt zu halten, ja. Was willst du da halten? Du möchtest ja auch aufgefangen werden. Und wenn man nicht mal imstande ist, zu sprechen und auch selbst, das ist ja das Schlimmste. Eigentlich fängt dieser ganze Prozess bei diesen Menschen selbst an. Der ganze andere Prozess ist natürlich hinzugekommen zwischen euch, ja. Das hast du vielleicht oftmals nicht mitbekommen. Aber dieser Mensch liegt ja erst mal in einer Energie, womit man überhaupt nichts anfangen kann, ja. Dieser Mensch weiß gar nicht, wer man ist, was man macht. Man wird sich schon bewusst sein, dass man Fehler macht. Aber man verschaukelt sich hier selbst, ja. Man will gar nicht für die Auflösung sorgen. Man verschaukelt sich hier selbst. Ähm, ich weiß nicht, ob hier Süchte im Spiel sind, durch den Teufelskreis oder den Teufel, das Erkanum der Teufel generell. Es könnte sein, dass man sich da immer hingehend Realität und in einer ganz anderen Bewusstheit schwingt. Auf jeden Fall wechselt man hier immer wieder verschaukelnd hin und her. Oh Gott. Oh Gott, Cassie. Oh. Oh, ein Jahr später. Hallöchen. Die hohe Priesterin. Hier werden Themen eröffnet, die deinem Gegenüber nochmal Kopfschmerzen bereiten werden, glaube ich, ganz stark. Weil die hohe Priesterin drückt ja durch mit dem Unbewussten in das Bewusste rein, ja. Hier wird es wahrscheinlich eine Tretmühle geben, wo man sich überhaupt nicht mehr gegen wehren kann, alles zu unterdrücken, weil wir haben acht der Münzen, ja. Und wir haben auch hier wieder, man hat keine Kraft. Man hat keine Kraft, das zu unterdrücken, ja. Ich habe auch keine Kraft, die Karten hochzuheben. Man hat keine Kraft, das zu unterdrücken. Man schafft es nicht mehr, ja. Es wird alles hochkommen. Alles Unterbewusste und das, was man sich bewusst ist, aber einfach nur wegdenken möchte, wird hochkommen, weil man es nicht schafft, zu halten. Hier wird auch finanziell, könnte es sein, sehr viel wegbrechen, beziehungsweise auch der Selbstwert, ja. Also man wird jetzt beginnen, sich zu hinterfragen, was habe ich überhaupt noch? Was hat es mir gebracht? Sagen wir es mal so. Das ist eine viel bessere Kartendeutung. Was hat es mir alles gebracht, ja? Das wird alles noch hochkommen. Was hat es mir gebracht, alles zu unterdrücken? Nicht wahrhaben zu wollen? Schmerzen, Unzufriedenheiten? Warum ist man mit dir so umgegangen? Was hat es mir gebracht? Auf jeden Fall nicht das, wo man hier wieder in einer Unzufriedenheit sitzt, ja. Diese Unzufriedenheit kommt schon wieder hoch. Mutterthema könnte ganz stark sein und es wird einem hier bewusst, was man verloren hat, ja. Deine Güte. Also man könnte sagen, meine Güte, was für eine komische Beziehung oder was für ein Drama. Aber es wird einem bewusst, deine Güte. Aber ich würde es niemals aussprechen, ja. dass deine vernünftige Person wahrscheinlich die Medizin für dein Gegenüber war, aber das Gift in dieser Kombination, ja. Man weiß aber, was man an dir hatte, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Diese Geduld, die du reingebracht hast, war ja nicht gerade bei deinem Gegenüber da. Da kam man ja mit Ungeduld raus. Man weiß, was man an dir hatte, ja. Man vermisst das Sorgsame. Wahrscheinlich auch das Sorglose. Du hast diesen Menschen sehr viel Sorgen abgenommen. Dieser Mensch hätte aber mitarbeiten müssen, ja. Dieser Mensch hat trotzdem die Sorgen weiterhin in sich getragen, die du hättest niemals heilen können. Dafür bist du nicht zuständig, ja. Wir haben hier 10er Kälte, ja. Hier vermisst man auch wieder das Gefühl der Einheit, ja. das Beisammensein mit dir, das Zusammenhalten. Ich glaube, du hast ganz stark zusammengehalten. Du hast diesen Menschen Zusammenhalt versucht beizubringen, versucht zu erklären, versucht mit diesen Menschen zu leben. Aber ich muss dir sagen, dieser Mensch schafft es nicht, ja. Das ist ein Mensch, der wird Zusammenhalt nicht schaffen, weil man hier sehr stark nach seinem eigenen Gefühl lebt und immer Menschen bestrafen wird mit der Gerechtigkeit und der vage Energie. Man wird immer sich für sein Gefühl so entscheiden, beziehungsweise vielleicht nicht für immer, aber jetzt gerade immer noch. Man entscheidet sich immer für das Gefühl, wo man anderen schädigt. Und das ist eine Ekelnummer, ja. Das ist eine Ekelnummer. Es könnte auch hochkommen durch die hohe Priesterin, dass man das auch immer mehr gezeigt bekommt. Dass man durch irgendwelche Hinweise oder Informationen sich endlich mal Gedanken macht, was habe ich eigentlich gemacht, um dir eine Freude zu machen, um dich zu tragen. Warum geht es immer nur nach meinem Kopf, nach meinem Weg, nach meinem Gefühl? Warum will ich immer höher, weiter, besser? Das lief garantiert nicht gerecht ab, ja. So. Also ich glaube, die Trennung, die stand eh schon vor der Tür, ja. Die hättet ihr von der Zeit her gar nicht mehr halten können. Entschuldigung, Cassie, ich halte dich. Wir haben fünf der Kälte. Ja, die Zeit, die wäre eh vorbei gewesen. Hier kommt man nicht so ganz klar, welche Gefühle muss ich halten und welche tun mir weh. Eigentlich ist dieser Mensch völlig verkehrt in diesem Teufelskreis. Die Gefühle, die diese Menschen gut getan hätten, hat man wahrscheinlich als sehr giftig empfunden und vielleicht auch als bedrückend, beklemmend eventuell. Wir haben fünf der Kälte und man hat sich deswegen auf den Weg gemacht mit der Krebsenergie und dem Arcanum der Wagen. Man hat deswegen eure Verbindung verlassen, weil man diesen Selbstwert hier nicht mehr hatte, ja, mit zehn der Münzen. Man hatte hier einfach nicht mehr diesen Selbstwert. Man hat das gemerkt. Man fühlte sich durch seine Frustration überhaupt nicht mehr wohl. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat auch nichts mit der Verbindung zu tun. Diesem Menschen, die Karte kam so, fehlte der komplette, ihr könnt euch diesen Menschen als Gerüst vorstellen und das Innere war komplett in Anteilen gesprengt, ja. Dieser Mensch wusste nicht mehr die Zugehörigkeit zu sich selbst und konnte demnach wahrscheinlich auch nicht mehr einordnen, dass man zu dir gehört. Das passiert automatisch. Wenn man sich selbst nicht zugehörig fühlt, dann weiß man erstmal nicht, wohin mit sich, ja. Das kennt ihr bestimmt selbst aus Prozessen. Aber dieser Mensch werte schon fast Unreif, ja. Fünfter Kältchen, nee, danke. Ich habe ja hier viel bekommen. Es wird mir hier auch zu viel. Ich muss gehen. Diese unreife Aktion, nee, danke. Gefühle möchte ich jetzt gerade nicht. Auch kein Drama und ich möchte jetzt auch nichts fühlen. Dieser Mensch wollte wirklich nichts fühlen. Dieser Mensch ist gegangen, weil man dieses Gefühl abstellen wollte, was einen vielleicht auch innerlich zerrissen hat, ja. Je nachdem, was man hier an den Tag gepackt hat, welche Fehlerchen man hier gemacht hat. Fehler, große Fehler. Ja, man wollte nichts mehr fühlen. Man ist gegangen, weil man nichts mehr fühlen wollte. es kommt eine Eröffnung in eine Welt, in eine Lebensphase, ja, mit Ritter der Münzen. Hier muss man sich bewusst werden, dass man für all das, was man hier kaputt gemacht hat, auch alles wieder aufarbeiten muss, ja. Es kann sein, dass man sich hier auf der Neuausrichtung befindet, dass man gucken muss, wo man bleibt, weil finanziell sah es auch ein bisschen düster aus, ich weiß nicht warum. Man guckt, wo man hier was herbekommt, man muss vielleicht auch Wohnungen oder Orte wechseln oder wurde auch oder wird so langsam auch aus einer anderen Energie gebeten, bitte geh weiter, bitte zieh weiter, irgendwas klappt hier nicht mehr so. Dieser Mensch wird gezwungen, einen neuen Lebensabschnitt anzugehen und der wäre neun der Stäbe. Dieser Mensch wird gezwungen oder muss selbst gehen, weil man die Kraft nicht mehr aufbringt, ja. Man ist erschöpft, man ist, ja, hoffnungslos, erschöpft. Man ist kraftlos, erschöpft, ausgelaugt. Man merkt, die Trennung zwischen euch hat einem wahrscheinlich das letzte gegeben. Man weiß nicht wohin, ja, man ist, man steht fest. Man hat hier keine Ausrichtung mehr, was man leben möchte, man weiß auch nicht mehr, wo es hingehen soll. Dieser Mensch macht sich wahrscheinlich in Prozessen, wo man wirklich alleine mit sich selbst ist, sehr viele Gedanken, weil man muss, da ist keiner da, der zur Ablenkung beiträgt. Ja, hier kommt alles hoch durch die Hohepriesterin. Man ist hier erschöpft und steckt wirklich in einer Zwickmühle, in diesem neuen Weg. Wir haben hier die Stierenergie mit dem Hierophant. Wir gucken mal weiter. Könnte in die Auflösung gehen, dass man sich jetzt oder dann mit diesen ganzen Problemen natürlich auch, ähm, befassen muss, ja? Wegdenken gibt's nicht. Die Probleme kommen erst, wenn man hier wirklich total orientierungslos und extrem müde irgendwo steht und wo man auch von anderen Menschen weggeschickt wird oder beziehungsweise auch einen anderen Weg verwiesen bekommt, ja? Passiert schicksalartig oder automatisch, beruflich, vielleicht klappt hier irgendwas nicht, was man dachte. Vielleicht hat man sich hier wieder höher gesehen, als man war. zuvoreilig irgendwelche Luftsprünge gemacht, die nicht zu dem gekommen sind. Man muss sich hier erstmals mit sechs der Schwerter befassen. Was hat man hier alles durcheinander gebracht? Ja, was hat man hier alles nicht geschafft? Sagen wir es mal so. Was hat man hier alles nicht geschafft? Wir haben hier zehn der Stäbe, ja? Das ist ja auch nochmal so ein Kampf mit einem selber. Von neun der Stäbe überhaupt in die Bewusstheit zu kommen, ist ein guter Schritt, ja? Ist auch sehr vernünftig. Weil nach neun kommt zehn. Es könnte wirklich so eine Veranlagung sein, absolutes Burnout bis hin zu ich habe diesen Weg der Welt gerade verloren. Ja, ich muss mich komplett neu aufrichten. Kann gut sein. Ja, hier drückt's. Ja, oh ja. Ich muss mich komplett neu aufrichten, ja. Hier kommt der ganze Schmerz hoch und sieben der Münzen hat gezeigt, es hat nichts gebracht. Dieser Weg oder diese Trennung deines Gegenübers da, wo man sitzt, hat nichts gebracht. Man muss gucken, wo man bleibt. Man fühlt sich alleine oder ist sogar mittlerweile alleine. Man muss auch finanziell so wie in den Wertschätzungen für sich selbst oder auch für Menschen 100% an sich arbeiten, ja? Weil jetzt kommt hinten raus der Schmerz, weil man nichts mehr hat. Man muss wirklich, und das passiert nicht selten, man kommt hier rein in eine dir wird alles genommen. Nicht, weil es so bestimmt ist, sondern weil dieser Mensch dafür einfach sorgt, ja. Dieser Mensch sorgte für den Weg, sehr viel hier gerade zu verlieren, inklusive dir. Dieser Mensch hat diesen Weg eingeschlagen und es provoziert, dass man hier wirklich alles verliert, was nötig ist, um zu verstehen, du hast nichts mehr, ja? Du bist nicht der Mensch, der sich die ganze Zeit tragen konnte, das waren andere Menschen oder du. Und das ist so, was dich wieder hochholen könnte, du brauchst dir keinen Selbsthass entwickeln oder aktivieren, aber die Gründe dafür, warum du wütend auf dich bist, ja? Und das kann man wirklich nur, deswegen finde ich das auch so passend, wenn man wahrnimmt, was ist und nicht sucht, wie der andere war, sondern dass du wirklich schön bei dir bleibst und dir diese Situation anguckst, was kannst du wahrnehmen, was war oder was ist dieser Mensch? Ich weiß nicht, ob man energetisch mit diesem Mensch tauschen wollen würde, obwohl ihr sehr stark leidet oder gelitten habt oftmals, aber man wird dir sehr viel verlieren und ich weiß, ihr habt auch teilweise fast alles verloren, nur beschäftigt ihr euch immerhin noch mit euch selbst und ihr seid mit euch angebunden, das ist dieser Mensch überhaupt nicht, der hat eine absolute verfehlte Selbsteinschätzung, man kann sich selbst auch gar nicht einschätzen durch irgendwas, entweder sind es hier wirklich Einflüsse von Substanzen oder von Kindertagen, wie auch immer, du kannst es nicht heilen für diesen Menschen, wenn man nicht sagt, bitte hilf mir, aber dieser Mensch hat dafür selbst gesorgt, dass man dahin kommt und es war nur noch eine Frage der Zeit, dass man wirklich den Weg wählt, der immer mehr ins Dunklere führt, obwohl du gedacht hast, du läufst ins Dunkle, aber dieser Mensch, es geht nicht immer alles gut, es geht vielleicht lange gut, dass man gut rauskommt aus einer Situation, dass man sich lange halten kann, obwohl man sehr bösartig tickt, aber irgendwann kommt eine Stelle, die man nicht mehr halten kann und es sehen auch dann natürlich Menschen, die reden, oder die dein Gegenüber dann darauf aufmerksam machen oder auch irgendwas mitbekommen, was verheimlicht wurde dort, weil dieser Mensch tickt ja nicht nur bei dir so, mit Unehrlichkeit, es wird sich hier ein gewisser Kreis zusammenführen, ob getrennt oder zusammen, es wird hier sehr viel hochgehen bei deinem Gegenüber, damit man sich hier bewusst wird, wie doll hier alles wehgetan hat, der Schmerz muss einfach auch mal rauskommen, ohne dein Gegenüber jetzt hier in Schutz zu nehmen, aber diesen Schmerz hast du die ganze Zeit akut abbekommen und diesem Menschen wird noch bewusst werden, bei drei der Schwerter, was man mit dir eigentlich wahres verloren hat, nicht nur eine Person, sondern da hängt ja viel mehr dran, ja, und mit sieben der Münzen ist es einfach auch das, man muss wieder von vorne anfangen, ich glaube nicht, dass diese Ernte, die man hier erhofft, fruchtet, ja, in so einem Koma, in so einer Dreider-Schwert-Energie, man wird sich selbst hier sehen, dass man neu anfangen muss, weil man den Gewinn hier nicht verdient hat, ja, weil man auch nichts dafür getan hat, es wird nichts im Ertrag dabei herauskommen, dass jemand glücklich wird, so, dass jemand sehr viel Geld haben wird, wenn man so weitermacht, dass jemand auch gesund bleibt, wenn man so weitermacht, ja, es könnten so viele Faktoren hier zusammenspielen, wo ihr genau wissen könnt oder einschätzen könnt, ob das heute eure Legung war, ja, ihr Lieben. Dann gehen wir mal zum Schluss jetzt mit einer Karte rein, die für euch zum Auffangen dient, wenn es schon ein anderer Arsch nicht macht, Entschuldigung, aber dann kriegt ihr die Karte, die hier euch zufällt und zufallen soll. Auch wieder die höhere Perspektive, wie von gestern oder vorgestern mit der 32, da ist der Hierophant, ja, komischerweise hat dein Gegenüber auch mit dem Hierophanten mit der 5 die Energie gleichzeitig, beziehungsweise wenn du in die höhere Perspektive bekommst, wird wahrscheinlich parallel dein Prozess wieder abgelöst und dein Gegenüber wird reinkommen in jetzt arbeitet es, jetzt ackert es. Ihr teilt euch die Hierophanten Energie. Sichtweisen werden verzerrt, Sichtweisen werden offen, Sichtweisen kann man nicht mehr verdrängen, halten, hier drückt sich etwas nach außen vor, ja, gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive und sobald du da drin bist, glaube ich ganz stark, das passiert dann bei deinem Gegenüber und das muss man dann erstmal handeln, ja, damit muss man erstmal konfrontiert werden, wenn man sonst schon sehr kalt agiert hat, ja, wenn man alles wegschieben wollte, wird es natürlich sehr schwer für dein Gegenüber werden, hier eine Einsicht für die Fehler deines Gegenübers hier zu sehen, ja, da muss man ja auch erstmal hinkommen, ihr Lieben, ich wünsche euch was, Cassie, bist du wach oder was, wir sagen Tschüss, danke fürs Zugucken, fürs Zuhören, ich hoffe, jeder konnte hier was mitnehmen, also was heißt jeder, aber der, der es natürlich gebrauchen konnte und genießt euer Wochenende schön, wenn ihr das Video seht, wird Fußball vorbei sein, weil es ungünstig dann die Legung rauszubrettern, drücken wir mal die Daumen, wobei ich heute in diesem Spiel leider sehr zwiegespalten bin, aus Liebe zu beiden und ja, der Bessere gewinnt, da haben wir keinen Einfluss, ihr Lieben, Tschüssi!